so was müssen wir jetzt machen jetzt müssen wir irgendwie ich spring direkt ich mach direkt die abkürzung nein das war knapp aber nein du bist richtig ich hab ich hätte vielleicht erst mal gucken sollen bevor ich hier kommst du da hin oder kommst du da nicht hin bin unterwegs ich weiß es noch nicht ich guck gerade, wir umschauen hier ne irgendwie laufe ich im kreis ach man so ich glaube jetzt muss ich hier rund hast du das? ja oh der strömt mhm da war kein Methan drin, da waren nur Kledermäuse drin was? jetzt sollen wir den ganzen weg zurück? willst du uns verarschen? nicht dein ernst, alter hm was ist das denn für ne Scheiße, das ist doch das ist doch nur hier um das spiel in die länge zu ziehen, soll ich denn so was ist doch beschissen ey jetzt musst du wieder auf die andere karte rennen, wenn du jetzt hier wenigstens irgendwie schnell reisen könntest ja ich seh jetzt die Frage wo wir da hin müssen wo ist dieses schnellreise ding hier ne 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 Ich bin einfach woanders runtergefallen. Ich warte ja auf dich auf halbe Höhe. Ach, geh du mal. Vielleicht wäre das ganz gut, weil wir müssen ja dann wieder zurück. Ja. Okay. Falls du es schaffst. Boah, ich muss immer hören. Außenrum. Oh, ne, ich hab keinen Weg gefunden. Vom Fels entlang. Mein Gott, ich hab hier ein Schnellfeuer-Sniper-Wifel. Ja, wie gesagt, dass die Muni so schnell leer ist, kacke. Ja. Okay, Luftreserven gehen gleich aus. Wo haben wir denn hier was? Bist du da, wo du hin musst? Also ich mein... Eigentlich schon, aber ich muss kurz runter wieder woanders hin, um Luft zu holen. Das ist natürlich kacke. Sonst wäre ich jetzt schön auf dem Weg. Jetzt muss ich wieder hochklettern. Ach, hier kämpfen die Feinde. Krass. Die kämpfen alle gegeneinander. Sollen sie mal. Weil mir nämlich zu viel. Hm. Oh, ich muss so weit laufen dafür. Ich war grad schon richtig auf dem Weg, aber mir ging der Sauerstoff aus und ich musste runter. Ach Gott. Das ist extra so. Du musst ja noch super weit. Das ist extra so weit. Woher kommen die denn her? Kommt die jetzt an hier hin zu mir? Aber bräuchte ja an alle hier. Das ist extra so weit. Das ist extra so weit. So. Ach kacke, da unten ist eine Brücke. Ich bin oben kompliziert über die Rohre gelaufen. Jetzt sehe ich, dass da unten eine Brücke ist. Ich komme jetzt zu dir jetzt. Von der Richtung, wo du kommst, kannst du nämlich von oben auf diese Plattform rauf. Da wollte ich nämlich langlaufen. Bis mir die Luft ausging. Und jetzt gehe ich gerade unten über die Brücke. Das ist ja schon mal. Ja. In den Ärmeln. Plural halt. Wird beschossen. Lass mein Geschütz in Ruhe. Mhm. Hm. Oh ja, ich brauche auch Sauerstoff hier. Von den Skeks gerade hatte ich noch Schneeflocke und Hagel. Jetzt habe ich schon Schneelawine. Was? Schneeflocke und Hagel? Das steht da irgendwie. Von den Stärken. Was kommt denn nach Lawine? Schneesturm. Schneeball und Hagelkorn sind... Ach, keine Muni mehr. Das ist das Kack. Das blöde an den Chancel. Ach, du bist schon drin. Nicht drin kann man nicht sagen. Ich dachte, du wärst da auf dem Weg. Komm ich doch mal mit. Hilfe! Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das ist so jetzt jetzt lebe ich wieder ok ich muss mal ganz kurz schauen hier ich kann irgendwas nachrüsten ausgeteilt hast du eigentlich ok unterstützer das ding war gerade erst abbezahlte wo muss man denn dann hey kommst du mit ja ich komme mit natürlich erst zur falschen seite mit handfluss anstellen. Da sollte irgendwo eine Aktivierungskonsole sein. Badass Level 12 Outlaw Badass. Das gibt es doch gar nicht. Der geht überhaupt nicht kaputt der Typ. Das macht ein bisschen Mühe, ja? Ich will Blutspritzen sehen. Ja. Ist denn da wieder rein? Shit. Du hast einen unheimlichen Fleck in den Augen. Oh Mann. Komm schon. Guck mal den da rein. Gibt es irgendwelche Knarren, aber ich kann nichts aufheben. Ich weiß immer noch nicht wie wir da reinkommen. Wir können ja noch was höher. Gäste. Gäste Helios wieder? Ja. Das was du vor hast, Kleiner, daraus wird aber nichts, wenn ich deinen Kamerljäger mit Kugeln vollpumpe. Oh, das ist tatsächlich. Oh nein. Oh nein. Das war schon mal! Voll oberkrass, mein Freund! Weiter so! Muni-Kiste. Äh, Waffen-Kiste. Der Fluss geht nicht durch. Geh zur Methan-Aufbereitungsanlage und sieh nach, was da los ist. Helfen wir mal, bitte. Nee. Nein, Bilder! Ah, okay. Top. Aber schon fast wieder kaputt. Boah! Wie sind die denn von außen? Die fliegen da rum. Wo fliegt hier einer? Ich sehe überhaupt keinen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so gut. Die ist jetzt unter uns geflogen. Doch, du bist auch tot. Nein, da... Ja, in dem Augenblick war ich schon dahin. Mann! Wo bist du? Äh, ich bin wieder. Ich bin gestorben. Weiter weg. Ganz unten wieder. Ich muss erstmal wieder den ganzen Weg hoch. Achso, wir müssen eh in eine andere Richtung. Ach. Och. Ey, das ist doch nicht in ihr Ernst. Vielleicht weil wir es gerade eben gefüllt haben, weil jetzt arbeiten hier die Maschinen. Ja. Was für meine besten Leuten, Kamerjäger. Aber wenn es dir wenigstens eine Abkürzung gäbe. Ich verspreche dir. Das klang in deinem Kopf besser. Ach, die Flieger meinst du? Alles klar. Ja. Boah, ey. Leck mich doch. Das gibt es doch gar nicht. Kommst du? Ich bin tot. Ja, schnell mal eben ein paar Sachen verkaufen. Okay. Dann bin ich tot. Achso, du bist tot. Ich sehe das noch. Ich habe gesagt, ich bin tot. Was? Ich habe gesagt, kommst du? Ich bin tot. Kommst du? Ja. Ja, dann warst du tot. Zurück ins Getunnel, Soldat! Im Laufschritt! Herzlich willkommen, Kunde! Dann ist das vielleicht nicht angekommen, aber... Der war blöd. Hast du die Waffenkiste oben ausgeräumt? Ja. Okay. Da war ein Rifledingen drin, aber ich weiß nicht, ob der so gut ist. Kannst mal gucken. Sieht gut aus, so ein Mitteldingen einfach. Ja. Zeig mal. Mal sehen. 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 ja so die mission noch abschließen oder oder sofort aufhören meinst du hier hier können wir ruhig jetzt aufhören echt ich dachte wir bringen das noch hinter uns können wir auch machen das ist mal so viele interessante waffen und ich weiß nicht ob du ja lass uns einfach mal rüber rennen es ist mir gerade hier ein bisschen ich bin schon wieder tot wir werden bomben geschmissen ganz übel ok die jetzt muss ich erst mal wieder hochkommen deswegen gar nicht voll meine probleme muss man außenrum die mich nicht so aus wenn wir da rüberkommen oder uns ist ein eingang die schulung und ist einfach innen das ist das denn hier das ist hier oben ein sprung pad da rüber ach ich sehe wir müssten von der plattform hier die rohre entplant hier rüber komm hier rüber was denn das hast du geschafft du hast doch einen schub luftschub ich dachte nicht dass dir das reicht 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 oh ja hast recht so und jetzt mit der weg oh wir sind trotzdem falsch wenn wir nach da oben müssen das ist irgendwie eine turbine die uns nach oben katapultiert oder was meinst du so was ist denn für ein loch in der wand ich glaube nix gutes ich glaube auch nicht das eis ding da kommt man nicht hoch ich glaube außenrum ja sind die jetzt schon wieder alle hier ist doch nicht dein ernst ja können wir denn überhaupt hier lang ich habe keinen sauer schock ähm ich weiß gar nicht wo wir lang müssen aber was denn außenrum laufen ey ich krieg das kotzen gleich da wo du langläufst da geht es gar nicht lang wir hätten normalerweise über die rohre gemusst ah guck mal da kann man über die rohre drüber da wo du bist es kartenende ja ja ich kämpfe gerade um mein leben um mein leben über die rohre ach ey ich schieß die ganze zeit denk ist die so lautlos die knarre zum schluss als ich sterbe sehe ich da steht die ganze zeit nachladen so ich bin tot ja ne ich war fast oben ach leck mich doch ey das gibt's doch nicht wir haben Luftersorgung erschöpft boah wie kommen wir dahin wo wir hin müssen das kann doch nicht wahr sein ich wollte dir gerne zeigen aber ich musste dafür übernehmen kann man sie die das ich denke das ist hier geht wo denn bei dem rohr da war ich grad obendrauf Ja, bin ich nicht hochgekommen So nicht, das sieht doch von hier aus perfekt aus Wenn ich hier nicht abstürzen würde, ach Gott Da kann man gut lang Ich wurde mir gerade irgendwann irgendwas angegriffen Seitlich Das gibt's gar nicht, das ist so zum Kotzen Ich bin drüber Ja, dann bitte, mach was Ich krieg hier gleich eine Rappel Soll ich dir zeigen, das geht? Nein, mach einfach Mach es einfach Leite den Strom ein Ich hab sowas von keinen Bock mehr Ich geh jetzt hier gleich Ragequid raus Ragequid heißt das? Ja Ich hab jetzt halt öfter solche Sachen erlebt Du hast doch keine Höhenangst, oder? Ich hab nie Angst, Punkt Such oben nach dem Ventil Runde 2, ihr wolltet es so Nach den letzten Losern solltet ihr diesmal härtere Burschen schicken Oh, es sind superviele Gegner Unsere gemeinsten, härtesten Männer Sie sollen Hackstaub aus dem Kammerjäger machen Keine Chance Mit Reitern und Flugzeugen Und weiß ich nicht Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll Auf dem Rohr bist du nach oben Ja Ach wie schön, ein Ära ist kurz vorbeigekommen Um mich zu retten Boah, wie viele Granaten hier in den Raum fliegen Jetzt Ich bin auf dem Weg zu dir Ich bräuchte nur gerade mal irgendwie Luft Da hinten ist ein Raum, wenn's kleiner So, wo müssen wir hin? Ja, hier ist auch ein Ding, das man anschalten kann Kannst du drauf schießen übrigens, dann gehen die auch an Vielleicht hast du zu viel Spaß an so was nicht Ich bin tot Mach den kalt, den Irrer direkt neben dir Irrer neben mir Andere Seite Jetzt bin ich auch tot Hast du? Ja Jetzt bin ich tot, ne? Also ich lieg hier rein Ach man, Alter, hinter dir ein Irrer Das bist du Ich hab auf dich geschaut Wo ist der Irrer? Ah ja, ich gehe raus jetzt gleich Kein Nerf mehr Ah man, gepanzerter Outlaw Wofür bezahle ich euch denn? Schnappt euch diesen Kamerjäger Wir müssen wieder irgendwo nach oben Und ich hab Was ist das? Hä? Diese ganzen Dinger hier, die führen einfach nirgendswohin Es führt einfach zu nix hier Erstmal eine Gegendkeit machen Da sind wir ja morgen noch mit beschäftigt Ich bin ja schon wieder tot Ich kann gar nicht in Ruhe gucken, weil Das kann doch nicht wahr sein So ein scheiß beschissener Raider Level 11 Ein einziger Den krieg ich hier nicht platt Die sind alle total imbar irgendwie Ich hab keine Ahnung Wir müssten beisammen bleiben Wir sind noch beisammen Wir können eigentlich die ganze Zeit auf einen Den gleichen Gegner drauf schießen Hier sind tausend kleine Gegner Das ist überhaupt nicht dafür ausgelegt Wenn es hier ein Endgegner wäre Dann könnte ich das ja verstehen Zurück mal an Rücken Quatsch, guck mal Alles schießt auf uns So Ist hier noch euer Romant? Ich sehe nichts mehr Am Gegner Ich höre zwar noch was Da oben ist noch Da fliegt noch einer Aber ansonsten So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Da hinten ist auch noch eins Wir müssen hier irgendwie hoch Sprungfelsen Irgendwie Müssen wir da irgendwo drauf schießen Weil die keine Kraft haben Sag ich ja Das ist alles total bescheuert Dieses ganze Spiel ist total bescheuert Das ist eine Munitionskiste Und hier gibt es einen riesen Sprung Ein Sniper Und eine Schotten war da drin Hier geht's hoch Gut Naja Hier ist wieder eine Kiste Ich bleib mal hier in dem Raum Müssen wir ihn aufladen Bleib du mal in dem Raum Ich werde das selten sehen Super Super! Endlich fließt es in unsere Anlage. Geh wieder zur Aufbereitungsanlage und stell den Hauptfluss an. Jetzt basteln wir uns eine Brücke. Meine besten Männer erwarten dich dort schon sehnlichst, Kammerjäger, um mit ihrer Kampfkunst Kleinholz aus dir zu machen. Sie sind voll schräg, Mister. Ich dachte, unsere letzten Hopfer waren ihre besten Männer. Nein, wir haben noch mehr. Ja, verstehe. Dachte ich auch, aber es ist mir egal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, wir müssen erst mal wieder Energie und Motivation laden. Ja, so. Motivationsschild muss aufladen. Alter, was eine beschissene Mund... Was für eine beschissene Questreihe das hier ist, echt. Ich bin so voll und hier sind ganz viele Waffen. Willst du kommen und was mit dem? Ich schmeiße die Waffen da runter. Ich, äh... Keine Ahnung, was mache ich denn hier? Ich glaube, ich bin auch voller Waffen. Nö, bin ich nicht, aber es ist mir egal. Wo bist du denn? Irgendwo weit oben. Ich glaube, da, wo du das Dings angeschmissen hast, ne? Das Gas. Ja, da komme ich doch nicht hier hoch. Da oben, ach Gott. Kannst du die Waffen runterschmeißen, Leine? Doch, ich meine schon. Wo stehst du? Ich könnte jetzt hier hochkommen. Ich kann sie runterschmeißen. Komm stehen. Ja, schmeiß runter. Wir stecken nur gerade. Boah, ich muss immer wieder runterscrollen. Ich schmeiß einfach irgendwas runter. Oh. Boah, hier ist Sticke. Wo ist hier so ein Sauerstoff-Ding? Ich sehe nichts. Ich dachte, hier wäre die Tür. Ja. Hier unten. Hier, hier, hier. Boah, hier in die Ecke bin ich schnell reingerannt. Meine Mutter, das war knapp. So, ich weiß jetzt nicht, was für Waffen das sind. Guck mal bitte nach, ob die gut sind. Ich habe jetzt einfach irgendwas runtergeschmissen. Weil jedes Mal, wenn ich eine rauswerfe, lande ich wieder oben im Inventar und müsste wieder runterscrollen. Das hat dann zu lange gedauert. Das heißt, ich habe auch, glaube ich, gute Waffen mit rausgeworfen. Ja, ist mir gerade egal. Wir machen jetzt erst mal kurz ab. Moderation, dann können wir gucken. Gut. Nimm ich keinen Bock mehr. Ja, okay, alles klar. Ich hoffe, dem Zuschauer hat es wenigstens ein bisschen gefallen. Also, naja. Mir gerade mal nicht. Rage-Folge. Nee, keine Ahnung. Also, ich fand jetzt die Story-Reihe hier, die Quest-Reihe echt ätzend. Aber es gab schon ein paar schönere. Aber die war jetzt mit Abstand die beschissenste. Und die ist noch nicht mal vorbei, ist das Schlimme. Aber dieses ewige, ob von der Karte einmal hin- und zurückrennen, dass man hier nicht mal ein Auto benutzen kann, weißt du? Um über die Karte zu kommen. Boah. Und dann die Gegner. Die sind mir gerade alle ein bisschen zu imbar. Sind sie mal gekommen? Nee, die sind mir alle zu schwer. Gerade. Ich weiß nicht. Ich konnte es gerade nicht verstehen. Die sind zu krass einfach. Keine Ahnung. Die einzelnen kleinen Typen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder bin ich einfach zu schlecht oder zu schlecht geskillt. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Weil die Aufgabe, die sagt, soll hier Schwierigkeitsgrad normal sein. Ich verstehe es nicht. Und wir sind Level 13. Und die Gegner waren so Level 12, Level 11. Also, pff. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall zu krass. Naja. Egal. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zur nächsten Session. Bis dahin. Hab dich wohl. Tschüss. Ciao, ciao.